Die ersten 8 Schritte Den rechten Fuß zur Seite, den linken Fuß daneben. Ein Chassé nach rechts, rechts zur Seite, links daneben, den rechten Fuß zur Seite. Jetzt folgt ein Rockback mit links. Den linken Fuß nach hinten, das Gewicht wechseln, wieder zurück und ein Chassé nach links. Den linken Fuß links absetzen, rechts ran und den linken Fuß wieder nach links. Und diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Ein Rockcross vorwärts mit rechts. Den rechten Fuß über den linken kreuzeln, das Gewicht wechseln, wieder zurück. Jetzt folgt eine Viertelrechtsdrehung und ein Shuffle vorwärts mit rechts beginnt. Die Vierteldrehung nach rechts, den rechten Fuß vorn absetzen, den linken ran, den rechten Fuß nach vorn. Ein Rock vorwärts mit links, den linken Fuß nach vorn, Gewichtswechsel, wieder zurück und ein Coasterstep mit links. Den linken Fuß nach hinten, den rechten ran und den linken Fuß wieder nach vorn. Diese 8 Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir setzen den rechten Fuß rechts zur Seite ab, den linken Fuß mit einem Step daneben. Den linken Fuß nach links, den rechten Fuß mit einem Step neben den linken. Den rechten Fuß vorn absetzen, den linken Fuß daneben und jetzt rollen wir unsere Hüfte einmal. rum und diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Jetzt folgen 4 Chassis jeweils mit einer Vierteldrehung nach rechts. Die Vierteldrehung nach rechts, den rechten Fuß absetzen, den linken Fuß ran, den rechten Fuß wieder zur Seite. Wieder eine Vierteldrehung rechts rum. Jetzt setzen wir den linken Fuß ab, rechts ran und den linken Fuß zur Seite. Noch einmal eine Viertelrechtsdrehung, den rechten Fuß absetzen, den linken Fuß ran, den rechten Fuß zur Seite. Und noch einmal eine Viertelrechtsdrehung, den linken Fuß absetzen, den rechten ran und den linken Fuß nach links. Und diese 8 Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. Und jetzt beginnt der Tanz wieder von vorn. 2, 3 und 4, 5, 6 und 8. Und jetzt beginnt der Tanz wieder von vorn. Und jetzt beginnt der Tanz wieder von vorn. Und jetzt beginnt der Tanz wieder von vorn. Und jetzt beginnt der Tanz wieder von vorn.